Nöööö. Gut. Äh, da müssen wir irgendwie so auskommen. Müssen wir mal gucken, dass wir nicht so viel wegsnipern. Komm her. Dankeschön. Da vergisst du es mit der Straße. Gibt's eh keine. Forget it. Vielleicht finden wir da irgendwo ein größeres feindliches Boot draußen. Dann können wir da zumindest ein bisschen an Munition bedienen. Hm? Wer? Ach, ein Weichlederspender. Es reicht's mir. Lass mein Kamel in Ruhe oder Andromeda, was es ist. Oh, Alpaka. Keine Ahnung. Triple Kill. Blödes Mistvieh, Alter. Echt? Du bist wie du. Jetzt laufen wir weiter hier geradeaus. Und werden einen Schatz entdecken. Ja, okay, gut. Mir ist es. Oh, Kroglederspender. Oh, das ist für die nicht nötig gewesen. Oh, das ist für die nicht nötig gewesen. Nice. Jetzt da. Aber ich dachte doch gerade, sag mal. Mr. Krog. Jetzt. Jetzt, der Leck. Goodie. Ja, der Philakita ist jetzt an Bord von dem Schiff. Das wird hässlich. Habe ich den Schatz jetzt geholt? Ja, wie nett. Ach, Mann. Äh. War lauter Krogs hier. Bestellung einer Statue. Zammert. Ich verstehe deine Bedenken, aber es ist mir ehrlich gesagt egal. Pack die Statue auf der Schiff und sorg dafür, dass sie rechtzeitig geliefert wird. Sonst schicke ich dir Vorzeichen. Schicke ich dir Vorzeichen jenseits. Arschkeks. Bayek, jetzt kommen wir runter da. Wir nehmen ein bisschen Klippe da. Und hier, du Scheiß hier, du. Unanständig. Nicht eigenständiger Läufer, du. Halt, bleiben die doch hier. Außen ist er drüben. Haben die Pfeile? Sieht gut aus. Ich habere das mal. Da drüben läuft er. Der Letzte seiner Art. Alter, bist du bescheuert? Da verfahre mich doch nicht. Habt ihr Pfeile? Das wäre nice. Gib mal. Lass checken. Lass die Tiere frei. Ey, nicht auf mich. Sieht mein Problem. Kümmern ihr euch drum. Tschüss. Oh, ein Raubtierangriff. Echt? Hm, wäre hier aber nicht drauf gekommen. Gibt es hier nicht auch mal noch Wild? Ach so, warte mal. Ach so, Quatsch. Ich weiß noch gar nicht. Hier kann es noch gar nichts geben, Bugi. Wir haben ein neues Gebiet hier. Das ist nice. Warte mal, klären wir uns ein bisschen clean noch. Also hier und da mal gucken, wo noch was es gibt. Ist, haben die Pfeile? Da sind wir so ein rotes Dach. Ne, ist nur ein Fischer. Scheiße. Ich hab echt nicht mal viel. Ja, gut, okay. Ist nur noch einer. Ja, und jetzt. Ja, ich weiß. Der Letzte seiner Art. Und bla bla bla. Bugi, der Tierquäler. Bla bla bla. Hi, Jungs. Na, wir sollten kurz weg. Sonst helfen die dem noch. So, jetzt aber. BAM! In your face. Und der Letzte. Und erzählt den Kindern von ihren früheren Heldentaten. Natürlich könnte ich den Schlüssel stehlen. Aber als Veteranin gebührt ihr Respekt. Ich versuche mit ihr zu reden. Denn ich weiß, dass wir alle ihren großen Schatz sehen wollen. Mehr in Kürze. Der Letzte Schlüssel. Vielleicht sollte ich diesem traurigen Fischerdorf mal einen Besuch abstatten. Finde, das Fischerdorf. Rechtswund ist es aber gleich wieder. Komm, wir fahren Streitwagen. YOLO. Gib ihm. Wuhu. Jeha. Jeha. Schweinebacke. Jeha. Absteigen. Bayek. Echt? Ich fühle mich gerade lebendig. Vega. Du wirst sterben. Du kannst nicht fliehen. Was sagen, dass ihr es vorhabt? Das wäre eigentlich alle ein bisschen blöd. Nein, Mann, Bayek. Du Hundeapfelkuchen. So in einer Ausgeburt einer Hündin. Einen Moment. Oh, der war schlecht. Tut mir leid. Voll die Brüste. Das fetzt immer so. Hallo. So. Was gibt's hier? Äh, Weso? Benötige Information. Jawohl, Sir. Scan die Umgebung. Hab ich Kupfer entdeckt? Ah, nee, das passt. Brauchen wir nicht. Haben wir gerade. Danke, Digga. Wobei. Mich müssen wir so recht überlegt. Schatz vor der Loot. Der Nepp? Der Bruder? Bruder, Junge. Hä? Es reicht's aber. So. Sonst noch wer? Niemand. Gut. Ach, da im Haus ist es drin. Wie kommen wir da rein? Bleib stehen und stell dich, verdammt. So, close an deinem Arsch vorbei, mein Freund. Wartet. Ich mache mir jetzt einen Spaß draus, dich zu ärgern. Ja, hallo, da bin ich doch. Ah, sie ist schön hier. Nee, nee, glaub mir, der hatte kein Glück. Der hatte kein Glück, mein Freund. Genauso wenig wie du, du Arsch. Ich bin hinter dir, Klopapier. Rauchen tun wir sowieso. Was? Nein, 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 nein. Das tun wir nicht. Ungesund, Leute. Kostet nur Geld, der Scheiß. Und da hat sie nichts von, außer eine Leberzirrhose. Warte mal, nee, das ist immer zu viel Alkohol drin. Was kriegt man davon dann? Ah. Irgendwas hässlicher ist nicht, wie der Blumenkrebs. Geht die Tür auf? Nö, schade. Ich mag es nicht, wenn Tür nicht aufgehen und spielen. Das hasse ich. In 200 Meter haben wir nochmal was. Wir haben aber noch volle Pfeile. Wir haben noch volle Pfeile her. Egal. Egal. Ich fühle mich nicht, ich fühle mich nicht. Ja, wir müssen wahrscheinlich alles wieder wegfretieren. Oder please, no. Ich hab keinen Bock. Das ist doch einfach ein Dorf sein. Mit Metzger und so. Nö, eben nicht. Ach, ich geh doch sterben, Alter. So, was gibt's hier noch? Geheimeingang. Ich hab eigentlich für die Scheiße gar keinen Bock. Gut, die haben im Grunde, im Grunde können wir eigentlich durchmarschieren und alles abrasieren, weil die haben ja nicht mal eine Alarmanlage, die Pimmel. Ah, hier sollte ich vorsichtig sein. Ja, geht so. Wer schießt hier? Hopp. Du, dich doch. Nö, ich geh mal. Bin weg. Tschüss. Hab's eilig. Wo, hey? Sag's dir mal einfach so, hey? Zu Fremden. Oh, doch, shit. Und wie sie in der Alarmanlage haben. Warte mal. Jetzt soll man ganz schnell da hoch, Buggi. Ei, 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 ei. Danke, so bist du aber unvorsichtig, mein Junge. So. 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 Hä? Wer ist das? Beschützt, was ihr wollt, ist mir egal. Ich bin mal hier. Okay. Schön, wie die sich mal da halten und auch denken, sie hätten eine Chance. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Jop. Glaube ich dir. Sofort. Na. Ich zünde das Leuchtfeuer an. Ja, mach. Viel Spaß. Digga. Jo, genau. Wenn es sich bewegt, tötet es. Alles, wenn der Mami auch gesagt hat, wie es bewegt, tötet es. Warum war mir das klar, dass er denn nimmt? So. Ach, meine Jungs. Ich kann das Ziel treffen. Ja, das trifft aber auf dich. Das ist immer der Nachteil. Du kannst nicht fliehen, du Bastard. Sagt wer. Hey, was geht hier vor? Deine Mutter. Gemeinsam. Ich töte dich. Boah, okay. Das hätt so'n schöner Header weiter können. Au. Müssen wir kurz hier hoch. Und tschüss. Shit, hätt's schnell agieren müssen. Hätt ich ihn jetzt holen können. Lachen wir noch. Meldung. No. Loll. Der andere kriegt's halt voll auf die Fresse. Bayek. Bayek, du Pimmelbacke. Alter, der steht vor dir. So, jetzt probieren wir uns grad. Nochmal. So. Deine Mutter. Elegant ist das... Zusammenbleiben. Ja, ja, fresse jetzt hier. Du ein Narr würde versuchen, uns zu überraschen. He, 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 he. Gut schon. Entspann dich, Hilos. Alarm gibt's keinen mehr. Da ist in die Luft geflogen. Shit. Ja, aber treib's halt ein bisschen slow motion. Meinen Sie mit der Matrix hier? Dann komm ich halt zu dir. Ach, jetzt. Stirb doch. So, zack. Rücker Kreuz. Alles bitte. Dann geht's. Mach hier mal die Kine, du. Ich hab nie ewig Zeit. Muss ich mit dem Fiss heute aufreden. So, Kohlenstoffkristall. Sehr schön. Einer von zwei. Wo ist der zweite? Vöglein? Da bin ich. Da ist es. Ach, da drüben. Okay, gesehen. Können wir kurz hochklettern. Ich hoffe, der macht das auch. Oh, bei, kann sich festhalten. Du, 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 du. Ja, wie kostet denn das? Oh, es denn der Poppe. Jetzt geht der Nepper. Jetzt geht der Rund. Jetzt macht der das mit. Öff. Na, wir den Scheiß wenigstens. Dann noch was zum Dreck. So, dann frittieren wir die jetzt mal kurz noch ein bisschen. So, und jetzt runter. Genau. Brafe Junge. Da drüber fackelt es jetzt schön ab alles. Das ist wunderbar. Ich finde aber, so ist es, wie es aufgebaut ist mal. Das ist echt schön. Ja, ja, viel Spaß. Es gibt keine mehr. Oder, sei es geben, schon, aber nur noch wenige. Bye, ich runter da. Und nicht nach rechts lang lauf, wenn ich weh drück, du Hunde. Kot, Apfel, gedönstig, du. Gaul, wo bist du? Ja, komm mal. Gut. Oh, hat der Kock Leder? Nö, der hat nur Eis. Ist egal. Scheiß drauf. Ihr seid uninteressant für mich. Ich bin nicht mehr auf dem Weg, du. Das ist immer so eine solche Vollidioe, oder du? Jo, was geht bei dir? Hallo, Todd? Jo, hi, Keynes. Aktivität in der Nähe? Echt? Wo? Oh, ein Schatz. Der deine Namen. Keine Ahnung, was ich mache. Vor allem, weil ich nicht, welche Aktivität in der Nähe sein soll. Oh, ich habe hier nichts mitbekommen. Eine Schnellreißung, die haben wir auf jeden Fall gegangen, weil sonst, wenn wir da nochmal hin müssen. Suchen wir uns, ob es heißt, wir müssen mal laufen, 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 laufen. Und da hat keiner von uns Lust drauf. Also ich zumindest nicht. Wenn es euch Spaß macht, ist es auch schön. Achso, Gegner konnten alles, es macht Fun. Ja, guck mal eine an. Was haben wir denn da? Kann ich einen Schatz in der Nähe? Achso, da war der. Ah, okay, 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 okay. So, mitnehmen. Bye, Jack. Hallo. Ach, du. Digger Büffel, was geht denn bei dir? Jetzt geht doch wenigstens runter. Du bist doch eine Robbe, Alter. Nochmal ist irgendwas. Wo ist die Statue? Ah, hier. Hey. Ja, fällt aber stirb auf. Ach, jetzt halt die Fresse. Noch wer? Ja, da kommt der eh wieder. Bye, Jack. Bewegung mal, danke. Echt jetzt? Wurscht da? Assi. Echt jetzt? Nein, 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 nein. Aber garantiert nicht. Weil bei ich gerade ein Hartz-IV-Empfänger ist und ich es trifft. dieser asoziale Dreckschlawiner. Warum lädt denn der nicht? Was ist denn jetzt los? Ich drück links klicken und das ist da so ein scheiß Pfeil spannen und was macht der, der Arsch? Hier für dich, du Hundesohn. Mann. Alter. Du bist tot. Sehe ich anders. Wir sind eine Mauer. Sperr die Straße hinter mir. Ich muss mein Ziel erreichen. Wucha. Hier brennt was. Achtung, hinter dir ist Feuer. Du läufst rein, Digga. So, jetzt kommst du erst mal her, du kleiner Arsch. Ach, Bayek. Manchmal. Echt fragwürdig bei dir. Steht vor dem Vieh und sticht schnell ab, du. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist der andere Arsch jetzt? Nervige Pas... Äh, Bazzille. Ei, ei, ei. Geh weg, du Nerf. Manchmal ist das echt. Hey! Kommt Jungs! Hier lang! Halle, Chiru! Hier eins ab. Ei, 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 ei. Wie kommen wir denn hier noch? Ist ja widerlich langsam. Wo muss ich lang? Da lang. Pferd. Hallo. Blöder Wichser. So. Knappen-Gaul-Reiter. Rassi geht jetzt hier durch. Kann so ne Scheiße auch machen. Ich ruf auf er Pferd, verpisser und dann wie so ein feiger Hund kämpfer. Loll, ist ja grad geklitscht. Ja, ja. Ich hab gedacht, vom Pferd geht das auch. Find ich jetzt schade. So. Wo geht's denn hier noch was? Hm. Da oben ist auf jeden Fall ne Stadt und da ist ne Nähe und dann alles. Das ist toll. Da gehen wir jetzt auch hin. Oh, ich glaub mein Kamel-Andromeda hat irgendwie seine Tage. Nein, du lässt jetzt da lang. Genau da. Hm. 400, 320. Man nervt nicht, Kleiner, echt. Nur weil die Eltern abgewachsen sind. Kommst du zum Falschen? Äh, aufrüsten. Äh, macht 10 mehr, das lohnt's nicht. Äh, dann gehen wir erstmal auf Verkaufen. Das kann weg, das kann weg. Das, das, das. Die Sturmklinge, weil sie eh nicht braucht. Jupp, dann ist gut. Ist gut. Mhm, da ist er recht. Den spiel aber nicht auf, ich find den toll. Ich nehm es. Gut, da ist auch recht. Brenn beim Treffer, ne, kein Weg. Ist gut. Leichte Bögen sowieso. Wir haben ja die Jagdbögen und die anderen Bögen, äh, die Tierbögen heißen, ich glaub Tierbögen waren's. Haupttierbögen, genau. Huh. Ich will die da, toll, außer Restverkauf, Mads. Ist gut, hurry, mit Duchen. Äh, tete. Alles dauert. Wir haben schon weil nichts mehr verkauft, ne? So, aufrüsten. 37, nö, das passt. Wir brauchen eigentlich nur ein paar Elefantenkämpfen. Äh, 6000. Ja, komm, mach. Gönnen wir uns, so. Und der macht 26 mehr, können wir uns auch. Der Schild machen wir auch. Dann machen wir unsere Waffe auch noch, komm. Und dann auch noch, da haben wir's. So, von den 20.000 ist nichts mehr übrig. Verkaufen von dem Blunder nämlich, müssen wir jetzt nicht 100 haben. Wir haben 5, 7... Äh, ich glaub, das reichte eh noch nicht. Diese Idee ist auch in der Position viel zu wenig aus. Nee, das ganze Knicken mit gar nichts. Alles gut. Und viel Glück. Danke, danke. Ja, bis dann. Tschüss. Love you. Es gibt doch so viele Fragezeichen gerade. Immer so viel zu... Oh. Zum Beispiel sowas. Einfach mal mitnehmen, weil kann man. Ich find's aber schön, dass ich sie mit Tage irgendwie kein Cap hat oder so. Oh, ich würd heulen. Okay, ist aufgefüllt. Äh, Krogleder. In Ordnung. Und das. Ja, ja. Äh, das war falsche Taschenkombination. Sorry, Ausrüstung. Hilfsmittel jetzt eher nett. Wir brauchen nur noch ein Krogleder. Wenn wir noch Glück haben, gibt's hier Krogs. Oh, ne, irgendwie ein Haufen Arschlöcher. Das ist super. Oh, das war schlecht. Oh, das war schlecht. So. So, sehr schön. Gute. Und der andere Chiller hat seine Basics im Lager und kriegt von allem nix. Ist er eingefüllt? Lol. Geil. Boom, Headshot. Boom, Headshot. Boom, Headshot. Ach ja, süß, ne? So, Missionsziel. Geflündert. Sehr schön. Trotzdem gibt's hier Krogspender. Oh, ja, davon ist ein Krogspender. Juhu. Wie immer schön, wenn so Kroglederspender in der Nähe sind. Ach, traumhaft. Aber ich bin auch mal gespannt, was ein Mifilakitas so an sich, au, äh, oder auf sich hat. Das würde mich halt auch interessieren. Wo da der Hund oder das Krog begraben liegt. Oh, das wollte ich nicht. Mein Fehler. Jetzt aber mal ganz ruhig, Bauna. Komm, bist du nicht tot? Ja, genau, und der trifft nicht. Halt auf die Fresse. Kommt jetzt mal her. Ich glaub, ich hab mir ne Pfeile verschwendet. Arsch. Gibt's hier ja nicht. Oh, ist das? Ach, noch Loot. Okay. Was? Noch mehr Loot? Oh, sehr gut. Haben wir noch hier was in der Nähe. Krog, das, das, das. Davor, oh, das würde so eine Festung sein. Ah, nö. Sorry, aber die mach ich nicht. Da hab ich kein Nerv für. Ich hab grad keine Lust mehr auf die Typen. Deswegen brauchen wir jetzt unser Pferd. Andromeda-Kamel. Hey, Pferd-Andromeda-Kamel. Jetzt bleib doch da und renn in den Kreis, du. Rotzklum, du. Mann, 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 Mann. So, dann läufst du jetzt durch. Und weh, du schmeißt mich ab. Ich knallt. Halt die Fresse. Also, es ist eigentlich nur noch ein Tempel. Ah, nö, ist eine Festung. Verpiss dich. Geh weg. Halt die Fresse. Was ist das? Prüfung des Sobek. Finde gerade statt. Fehler. 22.07. Annehmen muss. Gefühlsschluss. So, überlasse. Sobek für Covert-Stadt. Äh, Summulation. Hä, was? Bescheuert. Echt jetzt? Blödes Drecksvieh. Hast du einen Löwe? Ach so, nö. Auf Pelz habe ich keinen Bock. So, perfekt. Weiches Leder. Incoming. Ach so, ich dachte, das wären Vögel oder so. Alles okay. Gibt es ja noch Croc-Spiel? Oh Gott. Schönen Haufen Croc-Ladder. Ach so, wei. Guck. Carpers Boot. Sieht voll geil aus. Ich will es wissen, was mir die Flakitas auf sichert. Was da abgeht. Wer das war. Wer das ist. Wo sie herkommen. Was sie eigentlich noch ganz gebacken sind im Kopf. Ihr Zopffeuer. Oh, du musst nach rechts. Nach rechts, Bayek. Nach rechts. Und nach links. Genau, sonst passiert das, du Horst. Undenkbares Ding. Aber die Croc-Spänder holen wir uns auf jeden Fall noch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.